3, 2, 1 Alter Hallo, hallo Da rechts, da rechts Was ist es? Die Steine, ach da Oh, links ist aber auch was schönes Ja, die ist es Voll da rein Attacke, Attacke Das ist nicht zu schnell Wir wollten sie ja in Gespräche führen und wenn ich jetzt sagen greifen wir an, ok? 1, 2, 3, jetzt Attacke los, das macht alle fertig Das macht alle fertig Zu unserer Linken Was? Zu unserer Linken? 200 Das ist ja erstmal Moinsen Und wir kommen bei Staffel 22 Folge Äh, ich glaube 47 ist das jetzt, ne? Ja, halbe Stunde später Wir sind, äh, immer noch am Laufen Ja, ist eine Art Ja, wir gucken jetzt noch, was wir raiden können Jetzt ist natürlich doof, ne? Ich hab nur noch, äh Zweigen halb Stacks Ja, hier, das wird günstig Auf, feuer frei Laufen sie noch oder looten sie schon? Ja, vor einem Tag und zwei Stunden das letzte Mal angepflanzt Super, hundertprozentig Feuer frei Ja, ich bin doch schon im Weg, Mann Wohin denn? Äh, in die Tür auch? Da oder durchs Dach Ja, durchs Dach würde ich sagen, ne? Ah, ich weiß ja nicht Ja, mach Naja, dann muss ich mal hier Jump-Hilfe, please Ja, hier Ich bring dir, äh, ein Vierbeiniger Ich brauch gleich mal die Siebel Das ist meine letzte, die ist halb voll genug Ich hab auch nur ein Dreiviertel Dann kriegst du meine Ich geh mal oben auf dem Hügel Da bin ich mir zu unsicher Ich will einer mitschießen Ja, ich hab halt keinen Schalldämpfer Ich hab keinen Schalldämpfer Äh, scheiß drauf Naja, gut, wie gesagt Ich hab doch auch gleich zum Wechsel Bitte, wenn er so wollte Gibt noch mehr Schalldämpfer Geht aber... Eieiei, das ist aber hier Kaputt Ich muss mich aufhören, sonst hab ich auch keine Dinge mehr Äh, jetzt ist meine Ja, okay Ja Äh, neue Base wird hier gebaut, Jungs Ich wieder? Ah ne, lecker Ich bin bei dir, glaub ich Ich hab ein Ziel Ja, jetzt bin ich am Raiden, Alter U10 Gehört dich nicht Ich sag nichts Er will nicht zu hören Ja, die wollen auf mich gerade schießen Ja, dann, ähm, wir sind doch jetzt grad hier Ich weiß noch nicht, warum er jetzt hinten hinrennt Ich fliege gerade zu euch Achso, er fliegt Alter, genau, wir brechen alles ab und kommen da hinten hin, Alter Ja Noch 54 Ja 64 Und 62 Boah, ey, meine Knarre ist gleich kaputt, Mann Ja, komm, warte mal Ein, zwei Schuss kann ich, beziehungsweise die restlichen kann ich noch machen Achtung Achtung Wer ist da? Hey Ja, gut Zwei Türen im TC, okay Mach den TC schon mal kaputt Wir rutschen jetzt hier mein Heli weg Achtung Ich hab Brandmoni dabei Ich hab acht Schuss Brandmoni fürs Gewehr Ja, dann, hau die drauf Ja Meine Semi ist sonst gleich im Eimer Ich hab keine Semi mehr Die kriegt ne Semi von mir, hier Ja Leid Leid Gucken wir mal gerade zu Was ist hier? Achtung, Udi Hier Und Ich seh die nicht Achtung Achtung Ich brauch ne Waffe Ich brauch ne Waffe Auf dem Dach Ja, hier Was ist denn der Head? Was ist denn noch? Fünf Ein HQ, 584, Metall und bisschen Stein Wow Ehre Dann oben die restliche Scheiße Und dann Ja Ja Oben hat acht Leben Schlepper, du kannst schießen Ne Ähm, warte Expo Money Ja Hat jemand ein bisschen Holz? Gleich, gleich Warte mal, warte mal, warte mal Wir sollten erst mit nem Bauplan da was drin bauen Ich hab nen Bauplan Naja Ja, sieht nicht gut aus Auch nicht Ist aber keine Chirp, kannst runter Ne, deswegen nicht, wegen dem hochkommen wieder Warte mal, ich muss da eigentlich springen können Kohle, ey, es ist viert für den Arsch, wollen wir da essen? Hier ist nix Ich würde was zu essen nehmen, aber ich komm hier halt schlecht raus ohne Holz Warte, warte, warte Hat einer Holz gemacht in der Zeit? Nein, ich hab gar nichts zum Schlagen Hier ist Essen? Ja, hier Ja, hier Ja Papa, äh, ist da Holzrinne im Im Ofen? Hier, ich schmeiß ne Axt hoch Drei Zwei Eins Äh Axt, 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 Axt Spieler Eins, zwei, drei Auf Zwei 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 Wir sind ja von der anderen Richtung gekommen. Wie gesagt, bei U10 baut sich die neue Base auf. Wir laufen unten, rechts von euch. Ich seh, es stehen alle beim Wolf da. Ja. 3, 2, 1. Alle rum. Alter. Das sind aber 2, ne? Könnten ja aufheben, wenn wir einen Loot haben. Inspektor Leblanc. Oh, der hat Verkehrsschilder. Alter ist der voll. Sag mal her, sag mal her. Guck rein. Naja. Der andere läuft gerade weg. Nordosten läuft da. Nordosten? Nordosten. Hinten bei den ersten Strommasten. Gut, ihr lootet. Und kommt der hinterher. Ja. Könnt er ja wieder aufstellen. Ja, macht das. Aber ist natürlich nicht killt, ne? Ich seh nicht, wo ist er jetzt? Scheiße, mein Heli. Da hinten läuft er. Im Wasser. Wasser. Äh, 80. Ich kann nix mehr aufnehmen. Kommst du? Alter. Ich kann nix mehr aufnehmen. Hesmit auch nicht. Egal. Er läuft weg von uns. jetzt genau east. Jetzt genau east. Ich seh ihn halt nicht, alter. Nee, ich auch nicht. Ach doch, da. Ganz rechts auf der Straße. Ja, ja. Ich lauf oben links lang. Ihr müsst nur rechts den Berg lang laufen. Er schiebt dir ne Heli. Lord, schnapp ihn dir! Er schiebt ne Heli? Nee, unser. Er schieß jetzt einfach von hier. Wenn meine Semi nicht so angehütet wäre, würde ich auch schießen. Ich höre ein Heli. Ich. Ich. Die Straße runter ist der. Ja, der rennt da vor euch an dieser Kurve. Der rennt rüber nach rechts. Hier, bei mir. Hat jemand noch Lowgrade? Mhm. Ich hab 36. 121. Hier wird noch ein Heli. Hier wird noch ein Heli. Okay. Er ist irgendwo in den Wald rein. Nach rechts? Muss, ja. 36. Ja, er springt da, er springt da. Hit. 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 Komm, du willst hier oben rechts bei mir. Ich seh ihn. Ja, er springt da, er springt da. Ich höre ihn auf. Ich höre ihn auf. Ja, ich hab ihn ab. Hab ihn. Nice. Ist aber leider down. Ja, gut. Äh, 100 Holz. Warte. Warte doch, warte doch. Hab ihn. Hab ihn. Dann wolltest du nicht. Die ganze Zeit ist schon. Nee, die Snacken, ja. Hat der was ja? Nein, 150 Holz. Das ist alles, was ja. Der weggerannt ist, hat 150 Holz gehabt? Nein, der naked dagegen kam. Ich meine, der hat mir, die wir jetzt gejagt haben. Komm mal. Lass mal zu U10 laufen, zu den Jungs. Wohin willst du? Zu U10 bauen sich gerade auf. Ja, meine Semi ist halt komplett im Eimer eigentlich. Ich kann noch vielleicht drei, vier Schuss machen. Wo geht's denn jetzt hin? Zu U10 Action machen. Ja. Wollen wir die jetzt retten oder was? Ja, die sind auch im Aufbau. Wir haben 30. ganz knapp. Ach, dann nehmt mich doch die Nacht. Dann geh ich wieder zurück, weil ich war jetzt nicht mehr lange. Ich glaub jetzt hier nicht da, Bayern drum. Also wenn wir reden, ja, aber ansonsten. Die Holzbase hier? Nee, nee. 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 Ich bin voll, könnt ihr schon machen. Wir haben keine Lust auf ihn, wir wollten raiden. Er ist ja raiden. Er ist ein Dieb. Ich hab jetzt noch einen Thompson. Wer schießt er? Ich. Hits, Hits. Schubelz, Agednax und ich, wir laufen runter. Ich schiebe uns in den anderen Channel. Warte, soll ich hier jemanden mitnehmen? Dann fliege ich zurück, komm. Dann kannst du ja nur einen mitnehmen. Kannst du dein Agednax mit deinem Devil ja zurück. Ihr wollt ja auch zurück. Oh, Bolt, passt du das? Nee, nee. Lass mich zum Strand gehen, komm. Rückzug. Ich hab ja noch Lowgrade für ein Boot. Soll ich jemanden mitnehmen? Ja, dann geht's. Ich wurde von irgendwo geboltet. Deswegen ja. Seid ihr voll? Alter, hinter mir. Tja. Wo ist denn jetzt der scheiß Heli hier? Ah, da. Mach schon mal ein Heli an. Das war echt ein ganz schönes Ziel hier, Odi, oder? Was meinst du? Ja. Tja. Also prinzipiell. Schon ein schönes Ziel für den Endring. Müssen wir aber noch mehr rausholen. Erstmal Land gewinnen. Ja, der geht nicht so leiden? Nee, da ist gut. Jo. Okay. Blick nach links. Äh, soll ich fliegen? Na klar kommen. Ja, geht schon. Äh, Heli vor uns? Oh nein, das sind unser. Ja. Ja, aber ich kommen AK Leute entgegen. Viel Spaß. Wo denn? Oh, ja. Von U10. Aber hier ist ein Boot, wo wir gerade sind. Ja, komm Brunner. Braucht ihr Brennstoff? Ja, haben wir. Okay. Okay. Lass mich mal rundern, dann helfe ich mit. Jo. Oh, oh shit. Oh shit. Nein. Ja. Der Heli hat es einfach ausgehebelt. Hm. So nennt man das. Hier ist auch eins. Willst du noch Sturzflug machen mit dem Großen bevor der Morgen weg ist, Udi? Also ich finde, das wäre es noch, das wäre es noch wert. Da wäre ich mal mit dabei. Ja, auf jeden Fall. Aber wohin? Ist mir auch wurscht, wirst du irgendwann... Hier in die neue Base. Die haben noch nicht geupgradet, dann brennt die ganze Base weg. Das wäre geil. Das sind ja neue Dinge. Ja, aber die haben schon gute Waffen. Die haben äh, Bolt und AKs. Ich mach mich schon mal leer und hol' ein bisschen Upgrade. Und dann... Und die, und die, und die. Komponenten waren unten. Was? Ja, geht nix. Komponente. Ähm, Komponenten sind eigentlich oben. Einfach reinschmeißen erstmal. Die Dropbox irgendwo rein. Genau. So. Hier oben sind auch noch leere Kisten. Dann schweißt da noch was rein und dann ist gut. Wenn die voll sind, dann äh... Keine Ahnung. Ich mach mich jetzt auch leer. Die voll leer. Und dann mach ich Sturzflug. Ja, meine Elektro-Kisten brauchst du nicht. Also meine Sachen waren ganz schön. Musst du nicht. Du kannst du und musst du nicht. Also ich hab jetzt 50 Logate noch. Das ist zu wenig. Wir sollten schon 150 haben. Wir haben letztens zweimal versucht. Einmal so mal abgestürzt, wo wir keinen Treibschluss hatten. Immer 200, gut. Ja. Äh, da hinten ist auch ein großer Heli lang geflogen gerade. Ähm, Richtung Rob. Ja. Wahrscheinlich unser. Ne, der palmt dann noch. Seh ich. Gut. Mal kurz einen Cut. Und wenn's los geht, ich ja da. Tank? Oh ja. Sehr gut. Bumm bumm. Hauptrotor. Gecheckt. Läuft noch nicht. Läuft noch nicht. Äh, warum ist der Co-Pilot so... Ohi, was ins Handschuhfach legen? Ich krieg das Zeichen. Ich krieg das Zeichen. Hier. Lang, da lang. Unser Co-Pilot wirkt relativ alt auf mich. Schnauze dahinten. Das passt schon. Das ist ein One-Way-Flug, Alter. Der hat schon eine graue Pläte. So, jetzt wirst du mir bloß sagen, wo das war. Nee, ab in den Süden. Geradeaus. Alte. Dem ist mir schlecht. Ja, ist der Kursi. Ich werd mal ganz hoch fliegen. Das ist bloß egal. Er wird mal abstürzen. Liegt mal ganz hoch. Aber es wird dann schwierig zu treffen, ne? Ah, da kennst du dich ja. Ich hab ja mittlerweile schon Erfahrung mit Helis reinrammen irgendwo. Um 10 habt ihr gedacht, ja? Beim Aufheil mussten die Audiospur wegkacken. Um 10 ist doch direkt vor uns. Ja, da. Unten der Wasser. Hallo, hallo, hallo. Da, recht, da, recht. Ja. Was ist sie? Da, die Steine. Ach da. Oh, links ist aber auch was Schöneres. Ja, ja, ja. Und voll da rein. Voll da rein. Attacke, Attacke. Das ist nicht zu schnell. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ich bin down. Ich bin nicht. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich bin auch down. Oh Mann. Oh, da hinten ist doch einer. Sie ballern aber. Tyllinus. Alter. Da brauche ich jetzt in der Nähe sogar weglegen. Ich hätte das zu gern gesehen aus der, äh, aus der Pleißmotive unten, Alter. Ich bin auch in der Base drin. Der steht auf dem Dach noch, glaub ich. Der hat mich eben vom Dach aus erledigt. Irgendeiner hat jetzt gerade jemand erledigt. Ja, ich. Du lebst noch? Ja. Warte mal. X, X, X. Wo ist denn das? Ist das nicht bei uns in der Nähe da? Alter, jemand hat mir einen Schlafsack umbenannt und ist jetzt ein Penis. Ja, bei mir auch. Entschuldige für den Ausdruck, aber das ist jetzt eigentlich einfach ein Kompl... Also bei dem Raid hatte ich vorhin einen gelegt und hatte Raid hingeschrieben. Jetzt ist ein Penis da gemacht. Mein Schlafsack von mir war voll Idiot. Ja, bei dir auch, genau. Alter, das brennt halt... Das sieht so geil aus. Das brennt nicht der Loh. Ich komme, ich komme. So. Ich geh ins Bett. Ja, fliegt nochmal da hin und macht Action. Ich bin deine Pflegerin und wichsel die Welle. Ja, genau. Hallo. Hallo. Wichsel die Welle. Ich hab noch einen gekillt. Ich bin jetzt gleich vor der Base. Ich bin gleich vor der Base, wenn du mir irgendein Gier runterschmeißen kannst. Ich bin auch gleich vor der Base. Nee, die haben mich jetzt mit AK gekillt. Oh. Okay, dann werde ich noch ein bisschen Roleplay machen. Dann sagen, hey Leute, bleibt mal easy. Ich wollte euch darüber Duel tun. Also, ich werde euch auf jeden Fall schöne Nacht wünschen. Ebenfalls. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Diese scheiß Flammen haben mich gekillt. Also, sonst bin ich eigentlich immer rausgekommen da. Aber naja, gut. Diesmal nicht. Mal gucken, wer hat mich gekillt jetzt? Dream. Dream. Die sind neu. Neu, aber schon komplett Vollgeared. Mit Bowlen, die Karte. Ja, reicht doch, wenn du einmal erfolgreich Eurig machst. Okay, ich werde mal kurz raiden mit dem. Oh, ich habe hier auch einen Schlafsack in der Nähe. Das ist schon eine Vollgeared Idee. Oh, die ballern. Oh, Odi, ich komme von der anderen Seite. Ja. Ja, ich komme auch von der einen Seite. Ich höre einen dicken Helikop. Odi, wir haben jetzt über 1000 Schrott da. Ja, das ist ja heftige Helikop. Und ich werde beboltet. Okay, dann kann ich einiges lernen davon. Ja, also 1000 sind jetzt vorschustig. Okay. Natürlich haben sie mich inst комiget gekillt. Jajaja. Und der große Helikop, ne. hua. Ey, 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 ey! Warte mal, warte mal, warte mal! Ach du Vollfatz, Alter! Oh! Ghost deraiden wer jetzt, das ist mir zu blöd. Ähh, Sölf, wo geh ich denn jetzt? Habe ich jetzt exakt Sports gesagt? Oh Gott, oh Gott. Mensch, Odi. Du meinst Ölf, also Sölf? Nee, ich wollte gerade... Eigentlich wollte ich andere jetzt schon mal sagen. Da hab ich das noch vorher. Ja, voll freundlich wolltest du sein. Ja, voll freundlich, genau. Und dann hab ich mal ein bisschen Fatzel. Um Elfe darfst du das sagen, Odi. Um Elfe. Nur voll um Elfe. Ich glaub, die Base brennt. Ja? Kann sein, dass ein Feuer durchgegangen ist in die nächsten Etagen. Ich hab bei unseren Freunden bei U14 jetzt erstmal den ganzen Garten leergeräumt. Von Mais befreit und Stoff. Naked draußen vor der Tür. Kommt ein Lili. Ach, das ist er. Wir wissen das. Und einer sollte nochmal die Helis reparieren. Ja, okay, das mach ich noch. Ich geh noch ein bisschen aufräumen. Und dann... Till... Till... Till News. Mache ich Schluss. Ist ja kein Problem, Energetics. Genau. Ich mach kurz Cut. Ich hab's behindert. Ich hab's behindert. Alter, wenn du nachher wieder rauskommst, macht den überall Minus und Scheiß. Wie ist Bescheid. Komm hier nicht mehr raus. Das ist das Problem. Ja, siehste, wer ist hier behindert, Alter. Wir haben alle unter 200 Stunden. Das ist das Problem, ja. Dafür schießt der aber merkwürdig. Da müsste man die Skripts ausmachen. Der ist voll der Sucht, die eigene. Also, Odi könnte mein Steam-Profil angucken. Ja, ja. Kann man ja auch neu machen, ne. Du hast doch gesagt, ihr werdet aus Südosten beschossen. Da hinten ist schon wieder ne Fackel an. Alles gut, das Naked, das Naked, Naked. Wart ihr jetzt seit... Ihr seid doch erst seit kurzem hier. Wart ihr das ganze Zeug her? Ja, wir haben... Keine Ahnung, wir sind aus Erfield. Dann stand dort einer. Dann stand da die nächsten zwei. Also, Erfield haben wir unsere Sachen her. Jules, ich glaube, die haben irgendwas an. Die haben die Scheiße bestimmt irgendwie skriptet oder so. Nee, 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 wir haben nicht. Heli, 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 Jungs, Heli. Ich geh auf die Position, ich geh auf die Position. Danke, Odi, wir sehen uns. Ja, ich mach Licht aus. Das sind die Rob-Leute. Die sind echt eklig. Also eklig in der Hinsicht, dass sie halt, äh, mit nem großen Heli kommen und dann geht los. Ach nee, das ist der MPC-Heli. Alles gut. Was ist das, Odi? Das ist der MPC-Heli. Der hat nen neuen Sound. Oh ja, stimmt, das ist der MPC-Heli. Der klingt immer, als wenn er direkt über euch ist und noch... Meilen weit entfernt. Wie viele Leute seid ihr denn, Alter? Was, Odi? Wie viele Leute seid ihr? Vier. Unzählbar, unzählbar. Ja, ich merk das schon, Alter. Wie so ein Ratten-Nest, ey. Immer mehr kommen da raus. Zu Spitzezeiten sind wir 14. Oh je, Mini, ey. Alter, euer Drex-Heli, der liegt da auf... ... und der war auch mit dem Scheißdach. Alter, sind wir ruhig im TS. Einfach runterhacken, das Zeug. Das bringt 3000 Metall. Ja, es hat keiner. Der Einzige, der gerade hackt, der hat mein Jack-Helis kaputt. Der sitzt da drin und ist grad nicht reingefahren. Man hat dann gedacht, wo plötzlich immer lauter wurde geknallt hat. Ich weiß nicht, die ganzen Penisse hier, wo hier rumstehen, sollte er aufpassen, dass hier keiner kommt. Aber es ist ein fetter Heli, der checkt einfach nur keiner. Vor allem standen wir alle mit Double-Barrell-Zimpen im Frachtraum drin. Und Udi hat ein... ... und Udi hat halt wirklich keiner gesehen. Ich war da positioniert, keiner hat den gesehen, ne? Naja, ich bin extra hochgegangen, direkt runter. Aber es ist eine schöne Aufnahme über ein Video auf jeden Fall. Also, sehen wir im Video? Hm. Jetzt auch. Ich möchte hier rum werden. Udi hat jeder für eine tiefe Stimme bei euch. Das ist ja voll krass, Alter. Nö, ich weiß auch nicht. Irgendjemand, der gerade im Loch steht. Äh, ja, also weiß auch nicht. Der Loch steht oder wo er rauskramt, ne? Was ist denn los hier? Ach, diese Stimme ist so ranziehend da. Ach, ich bin dabei. Ach, ich bin besser. Hallo. Gut, okay, also Jules, wir haben ja einen Plan, ne? Wir wollten sie ja in Gespräche führen. Und wenn ich jetzt sagen, greifen wir an, okay? Eins, zwei, drei, jetzt. Attacke los, das macht's alles fertig. Los, das macht's alles fertig. Los, das macht's alles fertig. Ah, sch... Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Ah, zu geil. Vor allem hab ich grad noch gesagt, Udi, die haben an. Halt die Fresse! Schön, gut, das war eine schöne Endaufnahme. Ah nein, jetzt bin ich schon wieder beim Penis gesporn. Also beim, äh, Ding ist gesporn. Ja, ist klar, dass du dich hingezogen fühlst davon. Halt die Fresse. Halt die Fresse. Und was sagen sie? Äh, na, die haben, äh, Ausschau halten sollen alle, aber haben die großen Heli einfach nicht kommen sehen, Alter, ne? Die wussten nicht, was plötzlich passiert ist. Und es sind echt viele, sag' sie. Ach, die sind zu fünft oder zu viert. 14, ja, ja. Vier kann nicht sein. Es waren zwei drinnen und vier draußen, also sechs müssen es mindestens sein. Was? Es ist ja unechte, Quatsch. Der unechte, der unechte. Der unechte, der unechte. Der unechte, der unechte. Der unechte, der unechte. Und der NPC, alter. So, ich mach' jetzt Schluss mit der Folge. Haut rein, Jungs. Ciao. Ciao sen. Na, nur Raketen, die beiden Raketen könnten natürlich auch noch raus. Ah, ja. Was brauchen wir jetzt noch? Den Raketenwerfer, ne? Ja. Ah, lol. Hast'n Dreck. Beim ersten Mal. Götztet. Mal Katelin. Mal Katelin. Iального Rick Kardと学. Min Katelin. Mal Katel. Mal Katelin. Bis zum nächsten Mal.